Berlin stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und empfing gleichzeitig mehrere königliche Familien aus Skandinavien. Zu diesem besonderen Anlass reisten das dänische Königspaar, König Frederik und Königin Mary, der norwegische Kronprinz Hakon mit seiner Frau Mette, Marit sowie die schwedische Kronprinzessin Viktoria und ihr Ehemann Prinz Daniel in die deutsche Hauptstadt. Ihr Besuch fand anlässlich des 25-jährigen Bestehens des nordischen Botschaftskomplexes Felleshoes im Berliner Tiergarten statt, der im Herbst 1999 eröffnet wurde. Ein Highlight des Besuchs war nicht nur die herzliche Atmosphäre, sondern auch die stillvollen Outfits der vialen Gäste. Königin Mary verzauberte die Anwesenden mit einem Outfit in sanftem Babyblau und betonte damit ihre elegante Erscheinung. Kronprinzessin Viktoria entschied sich für ein Ensemble in Bordeaux, das perfekt zur herbstlichen Stimmung passte. Die Fürstlady Finnlands, Susanne Elisabeth Innes Stupp und Außenministerin Annalena Barbok setzten mit ihren hellrosa Outfits farbenfrohe Akzente. Im Gegensatz dazu wirkte Mette Marit in einem grauen Ensemble zurückhaltender. Es könnte sein, dass ihre Wahl durch persönliche Umstände beeinflusst war, darunter die aktuellen Herausforderungen mit ihrem Sohn Marius Borghibi sowie gesundheitliche Probleme. Ihr dezentes Auftreten erweckte den Eindruck, dass sie modisch eher im Hintergrund bleiben wollte. Bereits am Vormittag wurden König Frederik und Königin Mary von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue empfangen. Trotz des herbstlichen Wetters wählte Königin Mary ein frühlingshaftes Outfit in Babyblau, kompletiert mit einem farblich abgestimmten Haarband ein Accessoire, das offensichtlich auch Kronprinzessin Viktoria gefiel. Dieser Besuch war ein besonderes Ereignis für Berlin, zum ersten Mal empfing die Stadt gleichzeitig Vertreter dreier skandinavischer Königshäuser. Aus Dänemark kamen König Frederik und Königin Mary, aus Schweden Kronprinzessin Viktoria und Prinz Daniel und aus Norwegen Kronprinz Hakon mit seiner Frau Mette Marit. Der Anlass war das 25-jährige Jubiläum des Fälleshoes, das die enge Zusammenarbeit der fünf nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island symbolisiert. Der gemeinsame Botschaftskomplex wurde 1999 unter dem Motto »Jeder für sich und doch gemeinsam« eröffnet, um die enge Verbindung dieser Staaten zu betonen. Bei der Eröffnung 1999 war auch die dänische Königin Margrethe II anwesend, die die Bedeutung des Botschaftskomplexes hervorhob. Eine architektonische Besonderheit ist das fast 230 Meter lange grüne Kupferband, das die Gebäude symbolisch miteinander verbindet. Zu den Feierlichkeiten gesellten sich diesmal auch der finnische Präsident Alexander Stupp und die isländische Präsidentin Hala Thomas-Dottir. Am Abend lud Bundespräsident Steinmeier die ovajalen Gäste zu einem feierlichen Dinner im Schloss Bellevue ein. Die Feierlichkeiten in Berlin erinnerten an ein kleines Familientreffen. Die Königshäuser Norwegens, Schwedens und Dänemarks sind nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern auch familiär miteinander verflochten. Bis 1905 herrschte der schwedische König sogar in Personalunion über Norwegen, und Kronprinz Hakons Großmutter Merta war eine schwedische Prinzessin. Auch zwischen den dänischen und schwedischen Royals gibt es familiäre Verbindungen. Die Großmutter von König Frederik war eine schwedische Prinzessin. Zudem ist Königin Mary die Patentante von Prinzessin Estelle, der Tochter von Kronprinzessin Viktoria und Prinz Daniel. Frederik ist der Pate von Estelles Bruder Prinz Oskar, während Viktoria die Patin von Hakons und Mette Marits Tochter Ingrid Alexandra ist. Diese engen Verbindungen machen die skandinavischen Monarchen zu einer echten Königsfamilie. Die königlichen Damen zeigten eindrucksvoll, warum Skandinavien für Mode und Stil bekannt ist. Königin Mary trug einen hellblauen, kragenlosen Mantel über einem hochtaillierten Rock und einer Wickelbluse. Kronprinzessin Viktoria entschied sich passend zur Saison für ein Bordeauxfarbenes Samtkostüm mit passender Bluse. Mette Marit präsentierte sich in einem silbergrauen Mantel und einem dazugehörigen Tageskleid. Anstelle von Hüten wählten alle drei elegante Haarbänder oder Haarreifen, was den Outfits eine leichte und moderne Not verlieh. Nach den Feierlichkeiten bleiben König Frederik und Königin Mary noch etwas länger in Deutschland. Am Dienstag werden sie nach Schleswig-Holstein weiterreisen, um dort die dänische Minderheit im Grenzgebiet zu besuchen. Für Kronprinzessin Viktoria war der Besuch in Berlin fast ein Heimspiel. Ihre Mutter, Königin Silvia, wurde in Heidelberg geboren und Viktoria spricht fließend Deutsch. Dadurch fühlte sie sich während ihres Aufenthalts in Berlin besonders heimisch. Dieser Besuch war nicht nur ein diplomatisches Ereignis, sondern auch ein Zeichen für die tiefen Verbindungen zwischen Skandinavien und Deutschland. Die Feierlichkeiten zeigten eindrucksvoll, wie Traditionen und moderne Realitäten die Königshäuser weiterhin verbinden und ihre enge Zusammenarbeit stärken.